so herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft immer noch in der kurz nach op aufnahme eine op war es ja so nicht schmerzen sind trotzdem da als ob es eine op gewesen wäre also ist die frage machen wir eine steinbrücke oder eine holzbrücke cobblestone haben wir viel eine richtig schöne cobblestone brücke wäre doch eigentlich ganz schön ich glaube wir machen die cobblestone und wir machen das jetzt mal ganz faul wir machen uns nämlich einfach mal eine neue working bench und klein die hierhin und dann machen wir uns mal ein paar stiefchen drei oder vier breit vier so war man da direkt schon eins höher ne das sieht scheiße aus wir müssen es leicht anfangen so 1 2 3 4 1, 2, 3 da nicht sondern hier so und es wird schon wieder nacht langsam nervt mich das doch so ich muss ganz ehrlich sagen ich bin neugierig ich weiß nicht ob wir mein handy gerade gehört ab ich hab's gehört aber ich laufe jetzt mal kurz zum bett das sehen wir kurz so weiter geht's ich hätte eigentlich nach monstern gucken soll so de la wir können jetzt auch mal gucken so 1 oh da ist nicht viel untergegangen wunderbar so alter sind das schmerzen das gibt's gar nicht aua so de la und dann gehen wir jetzt 1 höher 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hier. Oh, Manny. Der ist falsch. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Weil dann passt es von der Außenform her und oben ist es nicht allzu hoch. So. Machen wir das so. Oh, Mann. Das nervt mich gerade. Mein Gott, müssen wir durch. Dann gehen wir von der Seite einfach hin. So, zack, zack. Ja, genau. So. Da, 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 da. Da kommen die natürlich auch weg. Und da kommt ein normaler Cobblestone hin. Und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. Mit dem Ding, mit dem Geländer. So. Zack, 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 zack. Dort, das wäre das Spiel auch. So. Da, da. Da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. So, das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil noch eins höher ist, glaube ich, nichts. Das sieht dann wieder komisch aus. Und hier, hier, hier. Da, 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 da. So, haben wir da noch welche? Ja, ja, wunderbar. Dann hauen wir da nämlich gleich noch welche hin. Oh, was hat man mir versprochen zu meinen Zähnen? Nein, das wird nicht bluten. Hm. Also ich habe kein Blut auf meinem Schreibtisch stehen, welches ich gerade trinke. Jetzt ist die große Frage, woher der Geschmack dazu kommt. Ich befürchte mal ganz knallhart. Das kommt von dem Zahn. So, da, 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 da. Ähm. Doch, das hat man da auch. Ja, sie ist vielleicht etwas doch größer geworden, als ich dachte, aber was soll's. So schlecht sieht sie nicht aus, oder? Ich denke, damit kann man sich eigentlich ganz gut anfreunden. Mit dieser Brücke. Gut, es ist die Frage, ob man sich doch noch einen Zäger machen soll ins Geländer. Probieren wir doch einfach mal aus. So, da, 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 da. Ähm, ja, guter Plan, genau. Da springen wir runter. Wir möchten ja nicht in die Höhle. Doch, das ist ganz okay. So. Hoppala. So. Erstmal wieder was futtern. So, und dann brauchen wir noch ein paar. So, genau, dann machen wir das so. Dann bringt das Geländer auch ein bisschen mehr was. Da kommt noch ein Dört rein. Dort wird Rasen gemäht. Weg damit. Zack, zack. Die hier auch. Ja, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Und da müssen wir gucken, dass wir da das Terraforming ein bisschen machen, dass das da zum Fels hin auch ganz cool aussieht. Und damit machen wir dann auch gleich in der nächsten Folge weiter. Gut, die Folge hat auch noch ein paar Minuten, aber können wir mal gucken, wie es uns am Getreide geht. Und nochmal Getreide hochholen. Dann können wir direkt in die Falle gehen. Okay, das braucht noch, das braucht noch, das braucht noch. Dann nehmen wir da das letzte Getreide noch mit raus. Zuckerrohr haben wir eigentlich mehr als genügend. Da brauchen wir momentan gar nicht wirklich was. So, dann gehen wir hoch. Ja. Okay. Ja. Ich verabschiede mich trotzdem auch, wenn wir erst 14 Minuten 16 jetzt haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Wird immer noch dieselbe Aufnahme sein. Ich denke, es geht mehr oder weniger ganz okay. Ich hoffe, dass jetzt die Tonspur auch verständlich ist für euch, dass ihr wenigstens versteht, was ich so rede. Ansonsten, betrachtet einfach die Bilder, betrachtet, was ich tue. Und ja, bis dann. Ciao, ciao. Euer DarkRagon90. Ciao. Ciao.